In einer Welt ohne Gerechtigkeit, in der sich die Starken über die Schwachen hermachen, muss sich ein Mann der ultimativen Herausforderung stellen. Aber Meister, wie haben die mich besiegt? Sie bedienten sich einer uralten Technik, mit deren Hilfe sie die Stärke des Kriegers an der Wurzel packen. Gegen diesen Angriff hat's noch nie eine Verteidigung gegeben. Meister, wollen Sie mich unterricht? Du bist noch nicht so weit, mein Sohn. Doch, ich bin so weit, Meister. Nein, bist du nicht. Du musst noch viel lernen. Du, mein junger Schüler, wirst eines Tages ein Schwanzboxer werden. Global Tetrahedron Pictures zeigt Steven Seagal als Schwanzboxer. Ich glaube nicht, dass du den Mut hast. Von Global Tetrahedron Pictures.